Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Wir fangen heute mal mit einem Tutorial an, das heißt, wie ihr im Text schon gelesen habt, es gibt neue Reifen. Ich habe mir jetzt mal von Continental der Baron Projekt 2 2.6 bestellt und werde die jetzt mal drauf machen. Meine alten Reifen sind schon relativ runter und auch schon ziemlich am Rutschen und ich denke mir mal Zeit was Neues auszuprobieren. Also Hinterrad ausbauen und dann fangen wir einfach mal an. Sehr schön. Die neuen Reifen habe ich schon ausgepackt und ich würde sagen, wir probieren mal die Sempilquor-Methode, bei dem sieht das immer so leicht aus. Probieren wir mal, vielleicht klebt das ja wirklich so einfach. Alles klar. Dann? Boah, das geht ja total einfach so. Warum habe ich mich denn immer so gequält? Super. Ja, sieht ja gut aus. Dann? Schnell einbauen. Schnell wieder einbauen. Ich weiß nicht, wenn ich nicht das. Da ist das ist das ist das wärmau-Methode. Ich kann jetzt das Böse, was noch mal wieder einbauen. Ich kann jetzt das Böse. Ich habe die Möglichkeit. Ich gehe nicht einfach mal. Ich komme hin und prepEN muss einfach mal wieder einbauen. Ich kann bitte das Böse nicht focussen, was euch immer noch einbauen. Ich packe das Böse nicht zu machen, dass wir mal wieder einmal haben und oder das ganze machen wir jetzt natürlich auch noch mit dem vorderreifen warum denn nicht immer so voll easy na dann gucken wir mal neue reifen ist drauf bau mal ein sehr schön haben wir das auch okay wie ihr seht reifen sind eingebaut dann würde ich sagen steht als nächstes jetzt nur noch die probefahrt an na die werden wir heute nicht mehr hinkriegen bitte bald dunkel machen wir also einen anderen tag also mal ehrlich sieht geil aus oder so ich bin jetzt am bismarck turm in göttingen und werde jetzt hier mal meine reifen testen hier gehen ein paar wirklich schöne strecken den berg runter und mal gucken wie die reifen sich verhalten es ist leicht nass der boden ist noch ein bisschen feucht also gutes gelände zum testen dann würde ich sagen legen wir einfach mal los also ich habe es ich 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 Oh hier gibt es so viele strecken und stein so blöd Oh aber es ist doch alles noch sehr feucht hier es ist Wir sehen uns beim nächsten Mal. So geil! Also ich schaffte ihn, ne? Jo! Was muss ich warten? Einfach nur steif sein, ne? Jo, schaffste! Nice! Schaffste Henkel Hei! Rass ich mal! So, da sind wir auch schon am Ende von dem Video angekommen. Hat heute echt Spaß gemacht hier in Göttingen. Ich habe gerade noch so ein paar Locals kennengelernt. Die habt ihr ja in den Videos gesehen. Macht echt Spaß. Die Jungen springen echt gut. Ich bin auch sehr zufrieden. Hat auch für mich sehr viel Spaß gemacht. Die Reifen haben sehr gut funktioniert. Also besser wie ich habe ich das Gefühl. Soweit war das mal echt ein guter Tag. Wenn euch das Ganze auch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Natürlich auch über einen Kommentar. Und seid ihr neu auf dem Kanal, freue ich mich natürlich auch über euer Abo. Also macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.